In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie Seniorengolfer mit dem Treiber mehr Länge erreichen können. Also bleib dran, wir starten jetzt! Inzwischen unterrichte ich ja circa schon über 15 Jahre Golf und habe in diesen vielen, vielen Jahren vielen Seniorengolfern helfen dürfen, eben den Treiber länger und gerade zu schlagen. Und eine Sache ist mir immer wieder aufgefallen, was wirklich eklatant häufig vorkommt, und zwar, dass sie einfach schlichtweg den falschen Treiber im Golfbeck haben. Häufig beginnt man ja mit dem Golf erst im Seniorenalter eben. Und das ist dann sehr, sehr typisch, dass man irgendwelche Freunde oder Bekannte hat, die einem ja dazu bereden, beziehungsweise sogar das Equipment borgen für den Anfang. Und da ist eben häufig ein Treiber dabei mit einem Regularschaft oder Stiffschaft oder mit zu wenig Luft. Meistens ist es so, dass Amateurgolfer, die etwas älter mit dem Golf beginnen, nicht die hohen Schliegerkopfgeschwindigkeiten eines jungen Menschen erreichen können. Das geht einfach nicht mehr. Die Flexibilität ist nicht mehr da, die Kraft ist nicht mehr da. Das macht ja auch nichts, aber man muss ja nur halt schauen, was kann man tun, trotzdem, dass man nicht zu viel verliert. Jetzt ist es so, dass wenn man einen nicht angepassten Treiber hat, dass man eben zu viel verliert. Und daher empfehle ich, dass man ruhig einmal auch überlegt, ob man nicht eventuell einen Damentreiber spielt. Das klingt jetzt so wie eine Entmahnung quasi, aber es ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wenn man eine Schliegerkopfgeschwindigkeit um die 75 Meilen pro Stunde hat, ist es durchaus sinnvoll, mit Damentreiber zu spielen und zwar mit viel, viel Luft. Ich habe hier einen Treiber in der Hand von einer namhaften Marke und die hat jetzt zum Beispiel 13,5 Grad Luft. Und da gibt es auch hier noch solche Einstellungen hier, dass man sogar noch 2 Grad Luft dazugeben kann, sogar auf 15,5 Grad Luft. Man muss sich das vorstellen wie bei einem Wasserschlauch. Stellen wir uns vor, wir sind im Garten und möchten unseren Garten bewässern und wir drehen das Wasser auf stark. Jetzt kommt mit ganz viel Druck das Wasser aus der Öffnung und ich kann jetzt die Neigung des Schlauches relativ niedrig halten, um möglichst weit zu spritzen. Jetzt dreht jemand das Wasser weg und wir haben weniger Wasserdruck, dann wird auf einmal das Wasser abstürzen. Wir müssten beginnen, ein wenig hinauf zu zielen, damit wir wieder maximal weit das Wasser spritzen lassen können. Ähnlich ist es dann mit dem Treiber, wenn wir eben nicht genug Geschwindigkeit haben und wir haben wenig Luft, dann ist es das Problem, dass der Ball einfach abstürzt. Er rollt zwar viel, aber macht nicht genug Flug und die Gesamtlänge ist einfach nicht ausreichend. Jetzt brauchen wir eben ein wenig mehr Luft und jetzt kann der Ball maximal weit fliegen. Es ist daher von einem großen Vorteil, wenn man sich den Treiber fitten lässt. Da gibt es genug Häuser, Pros oder Experten, die einen sogenannten Trackman haben, einen Dopplerradar, mit dem man mit der Software ausmessen kann, welchen Abflugwinkel dieser Golfer braucht mit dem Treiber und man kann dann herausfinden, welcher Schaft ist optimal und welche Konstellation an sich ist optimal. Wichtig ist es auch, wie schwer der Treiber ist. Ich habe hier zum Beispiel einen Schaft mit 43 Gramm. Das hilft mir natürlich, den Treiberkopf mehr zu beschleunigen. Die Frage ist jedoch, ob ich die Kontrolle dadurch halten kann, wenn der Schaft dann zu leicht wird, dann wird das Ganze etwas sehr flatterig und etwas unkonstant eventuell und ich spüre nicht gut, wo der Schläger ist und mache dann mehr Fehlschläge. Das heißt, es soll dann auch nicht zu leicht werden. Man muss halt schauen, was passt zu einem. Und da sind eben solche Fittings natürlich perfekt. Ich habe vorhin erwähnt, dass es eventuell bei Schliererkopfgeschwindigkeiten unter 75 bis 80 Meilen pro Stunde ein Thema ist, einen Damentreiber zu spielen. Wie gesagt, das ist nichts Schlimmes. Es passt dann besser zu euch. Der Schlierer kann besser kicken und gibt eben die Höhe, die du brauchst, damit du den Ball optimal lang schlägst. Also hier würde ich auf keinen Fall sparen und bitte kipp sofort deinen 10-Grad-Treiber mit dem Regularschaft aus dem Back, falls du jemand bist, der den Schläger nicht schnell genug schwingt. Der nächste wichtige Punkt für mehr Länge mit wenig Geschwindigkeit ist es, man muss unbedingt den Treiber in der Aufwärtsbewegung schlagen. Was heißt das? Jeder Schwung hat einen tiefsten Punkt. Ich mache hier so einen Schwungbogen und der hat einen tiefsten Punkt, der sehe ich hier circa bei mir. Und jetzt ab hier geht der Treiber bereits in die Aufwärtsbewegung. Da ist es, wo ich den Ball treffen möchte, wenn ich optimale Länge erreichen will. Das heißt, für Setup muss ich den Ball etwas mehr an die linke Seite legen. Beim Eisen bin ich ja irgendwo zwischen Mitte Stand bis leicht links vom Stand. Beim Treiber jedoch ist man etwas weiter links. Und ich mag es ganz gern, dass man sich vorstellt, dass der Treiber gegenüber von der linken Achselhöhle gespiegelt wird. Viele sagen auch, das ist auf der Innenseite vom linken Fuß. Ist auch in Ordnung, wenn man nicht zu eng steht. Aber auf alle Fälle ungefähr linke Achselhöhle hier gegenüber darf der Ball liegen. Bitte nicht zu weit links, weil dann bekommst du wieder Probleme, den Ball überhaupt zu treffen. Das heißt, wenn ich den Ball weiter links habe, schlage ich ihn weiter. Wenn ich ihn etwas mehr in der Mitte habe, schlage ich ihn am kürzesten. Wichtig ist auch die Auf-Tie-Höhe. Würde ich zum Beispiel in dem Ball zu niedrig auftehen, ich sage jetzt einmal zum Beispiel, ich gehe jetzt hierher und tehen jetzt wirklich nur so einen Zentimeter auf, dann habe ich nicht genug Höhe zwischen Ball und Boden, dass der Schläger aufwärts gehen kann und ich würde oben vorbeifahren und er könnte gar nicht den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Das würde mich eher dazu ermutigen, eben den Ball wieder nach rechts zu legen, was ich ja gar nicht will. Das heißt, wenn ich es trainieren will, den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen, möchte ich, dass du den Ball ruhig etwas höher aufziehst. Es gibt da so eine Standardregel, dass man sagt, ja, so circa ein Viertel oder der Hälfte vom Ball soll über die Krone des Schneerkopfes ragen. Das ist eine ganz gute Faustregel, finde ich. Aber im Training kann man ruhig mal ein bisschen Höhe aufziehen, sogar mal so, dass fast der gesamte Ball einmal über der Schlagfläche ragt. Weil jetzt muss ich ja mich wirklich bemühen, ihn aufwärts zu treffen. Würdest du jetzt beginnen, wieder in die Abwärtsbewegung zu kommen, merkst du das sofort, weil du würdest den Ball hier oben auf der Krone treffen, die Bälle würden rauf gehen, hohe Bürgermeister, wie man in Österreich sagen, und du würdest auf keinen Fall länger werden. Das heißt, wenn du den Ball hoch aufziehst, musst du auch das klare Bild haben, dass du das auch machen möchtest. Das heißt, ich möchte hier den tiefsten Punkt haben und jetzt den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Beim Spiel selber kannst du dann natürlich den Ball ein klein wenig tiefer aufziehen, damit es nicht zu extrem ist. Ein guter Tipp ist es auch, wenn man den Ball so weit links liegen hat und auch so hoch aufgetitert, dass man mit dem Schneerkopf nicht direkt beim Ball anspricht, sondern vielleicht so 10, sogar 15 Zentimeter dahinter. Das gibt mir das Gefühl, dass hier eigentlich die richtige Ballposition wäre. Und jetzt kriege ich das Gefühl, als ob ich den Ball wirklich in der Aufwärtsbewegung schön treffen kann. Also probiere mal, den Schliererkopf ein wenig weiter hinter den Ball zu legen. Das kann auf alle Fälle helfen, wenn du ihn aufwärts treffen willst. Ganz kurz zum Setup. Ich möchte nicht, dass du zu viel Rechtsneigung hast. Es ist ganz normal, dass Tourspieler so zwischen 7, 8, 9 Grad den Oberkörper nach rechts geneigt haben. Ich möchte nicht, dass das wesentlich mehr ist, weil es kommt dann zu anderen Schwungproblemen. Aber eine kleine Neigung weg vom Ball ist sicherlich etwas hilfreich, in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Ja, und ganz, ganz wichtig ist auch am Schluss eben nach dem Schlag, dass du eben auch versuchst, den Körper eben zu strecken, dass du hochgehst und sogar dass das den Brustkorb nach hinten kippen lässt, dass er so in den Himmel hinauf schaut. Du wirst nicht so schlagen, dass du am Schluss so da stehst. So hast du ihn ganz sicher nicht in der Aufwärtsbewegung getroffen. Also du musst schon versuchen, dich zu strecken und den Brustkorb in den Himmel zeigen zu lassen, damit du einen Aufwärts-Attack-Angle bekommst, wie es so schön heißt. Erster optimale Eintreffwinkel, das sind so wahrscheinlich beim Seniorengolfer drei, vier, fünf Grad aufwärts und der passende Loft dazu ergeben eine perfekte Abflugbahn. Diese kann man, wie gesagt, mit einem Dopplerrader, wie zum Beispiel mit einem Trackman, ermitteln mit der Software und dann wird eben beim Treiber dann die Gerade eingestellt und dann weiß man, dass man eine optimale Waffe hat, den Ball optimal weit zu schlagen. Übrigens können diese Radgeräte auch den Eintreffwinkel messen und du wirst erstaunt sein, wenn du mal die Möglichkeit hast, auf so einem Radgerät zu sein, wie es oft schwierig sein kann, den Ball tatsächlich in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Bitte lass mich wissen, ob du irgendwelche von meinen Tipps erfolgreich umsetzen konntest und schreib das hier runter in den Kommentaren. Falls du jemanden kennst, der Probleme hat mit dem Treiber und etwas mehr länger vertragen könnte, bitte sei doch auch so lieb und teile das Video mit ihm, damit er auch hier profitieren kann. Weiters habe ich noch hier zwei Videos hier unten, die du dir noch anschauen kannst und auf dieser Seite hier drüben kannst du noch meinen Kanal gratis abonnieren und ich würde mich sehr freuen. Wir haben uns bald wiedersehen. Tschüss.